Moin, dies ist ein Reupload von meinem alten Kanal. Da diese Zeit immer ein Teil von meinem Kanal bleiben wird, war es mir wichtig, dieses Video auch auf dem Kanal hier zu haben. Dann geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Moin, ich danke euch für euren Support. Ich war auf diesem Kanal sehr, sehr lange aktiv. Seit 2016 kamen fast 4500 Aufrufe und 52 Abonnenten zusammen. In dieser Zeit durfte ich viel lernen, doch was auf meinem neuen Kanal geschah, ist nicht zu glauben. In vier Monaten kam das zusammen, was auf meinem alten Kanal in vier Jahren zustande kam. Auch habe ich mich im Videoschnitt um einiges verbessert. Den Unterschied, alte Videos im Vergleich zu meinen neuen Videos, den möchte ich euch jetzt zeigen. Zuerst starten wir mit Gameplay, welches auf 720p gerendert wurde. Danach gehen wir auf 4k. Zuerst starten wir auf Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.